Schön vor der Schicht nochmal stärken. Ja sicher. 2. 3. 4. 4! 5! 11! Der ist nicht mein Schuh. Der mag dich nicht. Ja, ich habe das Gefühl. Ist kein Ball, ist ein Schrauber. Ja, er zeigt es mir gleich nochmal und dann hoffentlich kann ich das. Die machen das ja echt super und die sind immer herzlich willkommen, gute Mitarbeiter brauchen wir. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, mal wieder eine Werkstour zu machen. Ich glaube, es ist nicht nur für die, die das erste Mal hier sind im Werk, sondern auch für die, die vielleicht schon öfter mal da waren, immer wieder beeindruckend. Weil auch hier wird von einer Mannschaft gesprochen, knapp 70.000 hier am Standort in Wolfsburg. Und diese Mannschaft, da bedarf es vieler Handgriffe, vieler Mitarbeiter, eine gute Kommunikation, um hochwertige Autos herzustellen. Und da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zu uns. Jeder durfte mal an den Akkubohrer ran oder aber ein gewisses Tool einsetzen. Also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist hochinteressant. Wir waren ja in verschiedenen Gruppen unterwegs, an verschiedenen Stationen, beziehungsweise an verschiedenen Bereichen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion für uns. Und ich glaube, die Mitarbeiter hier bei Volkswagen haben sich auch sehr gefreut über die Unterstützung und Hilfe.